Dann seht ihr ungefähr wie mein Arbeitsweg ist. Hallo Leute, was geht? Heute wieder ein Daily Vlog. Ja, wie geht's euch? Hoffen, alles cool. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ja, richtig. Ich mach mal in meinem Vlog, wie ich zur Arbeit gehe. So ein bisschen follow me around mäßig. Dann seht ihr ungefähr wie mein Arbeitsweg ist. Und ich nehme euch entsprechend mit, weil ich habe glaube ich noch nie meinen Arbeitsweg gefloggt. Und deswegen, ja, sehe ich euch viel Spaß. Oh, yeah, yeah, yeah. It's been many years since we hung out. Party every weekend out and about. Then we had no cast, we had no doubt. Staying up all night and playing music loud. I look back, these were the days. We were in a happy, happy place. In all the years since we hung out, you took off and left this town. Suddenly you're here. And eternity since we were together. Believe you're here. And I'm falling in love again. But baby, you're the same girl as you used to be. Let the way your eyes shine blind in me. You're the very same girl. Get that smile. Though I haven't seen you for a while. Got the fortune and the fame. Everyone around you knows your name. Always gonna be. Always gonna be. Be the same old girl to me. Be the same old girl to me. But baby, you're the same girl as you used to be. Let the way your eyes shine blind in me. You're the same old girl to me. You're the same old girl to me. Jetzt habe ich Feierabend oder hatte schon länger Feierabend weil ich bin jetzt gerade mit den zwei Jungs gerade unterwegs, wenn man sie sieht. Es ist ziemlich dunkel hier. Wir sind jetzt gerade in Münchner Freiheit, haben jetzt gerade was im Raffs Burger gegessen, aber leider habe ich nichts gefilmt. Sorry. Aber nee, wir gehen jetzt ein bisschen hier am Münchner Feierabend rum und ein bisschen die Luft genießen. Das ist wirklich arschdunkel. So ungefähr sieht es aus, wenn ich jeden Morgen zu meiner Arbeit fahren. Schreibt mir mal unten in den Kommentaren, wie fandet ihr es an sich, wie ich gezeigt habe, wie man zu mir zur Arbeit kommt. Eigentlich voll schlecht eigentlich, weil wenn ich jemals groß werden sollte, wisst ihr, wo ich arbeite? Nee, Spaß. Als ob ich groß werde. Mal gucken. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder in einer frischen Hautsreinung und ciao.